ein wunderschönen guten abend mein name ist dann graf und ich habe euch ja versprochen wenn es soweit ist mit den hand darf war es in den arsch zu treten dann seid euch bekannt es ist soweit wir sind jetzt gerade auf kurie bahn unterwegs und wir laufen jetzt erst mal dahin wo wir müssen mal erstmal ich hasse diese steuern wieder maus ernsthaft so guck mal ach dass er war ja noch gar nicht hier ist interessant ein typischer behinderte fix so hier müssen wir jetzt rein so und hier ist dann der vorraum und da gehen wir jetzt mal was passiert lord ratari hat mich aufgesucht und den wunsch geäußert hier zu sein ein leidenschaftlicher junger mann ich habe euch gesagt ich würde euch unterstützen wenn ihr barras gegenüber tretet ich will ihn schreien hören euer wunsch wird in kürze in erfüllung gehen rataris anwesenheit wird dem rest des rats der sis beweisen dass ihr unterstützung aus den eigenen reihen habt barras hat eine sondersitzung des rats einberufen um seinen anspruch auf die stimme des imperators zu erheben ich bin etwas verspätet gerade richtig euer früherer meister und die mächtigsten dunklen lords der galaxis warten die bühne gehört euch ich habe noch nie so viel leben in mir gefühlt geht voraus ich hab euch mach mal jetzt wird der typ in den arsch kriegen betritt die gemächer des rats das so machen was passiert hätte davor wollen durch diese tür kommen sollen tut nicht so als hättet ihr mich erwartet barras jetzt ist nicht die zeit für eines eurer spielchen ich bin der zorn des imperators auserwählt vom obersten meister selbst ich kenne seinen willen und barras ist nicht die stimme hört die wahrheit meine gefährten ihr wurde zum opfer eines brutalen und betrügerischen griffs nach der macht wovere aus welchem grund auch immer gier neid ihr weigert euch die realität anzuerkennen nichts als ein verzweifelter versuch hört mich an rat der sif dieses kind ist nicht der zorn des imperators er ist wovere uns illusion der imperator wird mich wissen lassen was mit wovere geschehen soll vorerst helft mir diesen pöbel zu vernichten wer wagt es sich dem zorn des imperators zu stellen ist das eine drohung kindchen vorsicht sonst erfüllt ihr barras noch sein anliegen nein barras behauptet die stimme zu sein dieser sith lord behauptet der zorn zu sein ich werde den imperator nicht provozieren wer überlebt spricht die wahrheit gut der meister wird dem sklaven einen letzten wunsch gewähren der imperator verlangt deinen tod greif mich an wenn du es wagst ich war nie euer sklave und werde es auch niemals sein das ist nur ein Zwei, und der Penner gibt einfach nicht auf. Hast du genug, Kind? Ich fühle, wie dir das Leben entgleitet. Wieso bestehst du auf diese nutzlose Gebärde der Vergeltung? Lass los! Umarme den Tod! Wenn das mein Ende sein sollte. Werde ich euch mitreißen. So, und das war dann Nummer zwei, und das kommt Nummer drei. Ihr seid erledigt, Barras. Ihr schwebt einen Atemzug vor eurer Vernichtung. Mein, meine Kräfte verlassen mich. Bettelt, dass ich euch leben lasse. Ich fordere den Rat der Sif dazu auf, diesen Narren zu töten. Der Imperator befiehlt es. Darth Marr schlagt im Namen des Imperators zu, oder zieht seine Missgunst auf euch. Ich glaube, das riskiere ich. Ravage hat auch euch die Vernunft verlassen. Verteidigt mich! Verteidigt die Stimme! Ich werde dem Zorn des Imperators nicht im Wege stehen. Du glaubst, du hast gewonnen? Du glaubst, du kannst die wahre Stimme des Imperators zum Schweigen bringen? Dann gib mir den Todesstoß! Von jenseits der Dunkelheit werde ich dich treffen. Eines Tages werde ich mich reichen! Ich wasche die Galaxies rein von euch. Ich kann nicht sterben! Endlich das Ende von Paras. Die Luft wird klar und meine Lungen können wieder atmen. Ihr habt bewiesen, dass ihr wahrhaft vom Imperator berührt worden seid. Der Rat der Siths weiß, dass der Zorn des Imperators freie Hand hat. Ihr seid anerkannt, Zorn. Eure Taten werden geduldet, solange sie den unseren nicht widersprechen. Ihr untersteht nur unserem ultimativen Meister. Nicht den Status quo, meine Lords. Eure Behaglichkeit hat jetzt ein Ende. Wie ihr verfügt, Zorn. Lasst die Feinde des Imperiums erzittern! Der Zorn des Imperators wird sie alle verzehren! Ja, das war jetzt hier... Ey, habt ihr das hier mitgekriegt? Habt ihr das mitgekriegt? Die haben gekuscht von mir. Die ganzen darfst und darfst du nicht und hast du nicht gesehen. Die checken es. Ich bin ja Big Boss. Fickt euch! Hehehe! So sieht es nämlich aus, Freunde. Der ungewollten Schwangerschaft. Ne! So, mal gucken, gell. Wir wollen ja natürlich auch mal... Na, unglücklicherweise immer noch Dunkelheitstufe... Dunkelstufe 3. Aber wir dürften hier... Genau. Einen neuen Titel erworben haben. Minglich. Dorf. Oberteis. Im Vermächtnis von Kirito. Hehehehehe. Oh yeah. Ich lieb das. Ich lieb das einfach. Weee! Ups. Weee! Und wir sehen uns wieder auf der Imperial Flotte. Also, bis gleich. Nur damit ihr es wisst. Ich bin jetzt längerfristig hier. Wir werden gemeinsam alles überstehen. Den ganzen Wahnsinn. Selbst wenn euch Schüler ermorden wollen. Deine Unterwürfigkeit ist sehr angebracht, Wett. In Ordnung. Schön, dass wir uns da verstehen. Du hast mir dein Leben gewidmet, Brunmark. Vergiss das nie. Mein Seth Lord, nach allem, was wir durchgemacht haben, Gutes wie Schlechtes, fühle ich mich zu 100% euch und eurem Vermächtnis verpflichtet. Es versteht sich von selbst, dass ich all mein Wissen und meine Fähigkeiten an eure zukünftigen Anhänger weitergeben werde. Dann müsst ihr es ja nicht sagen. Immerhin ist das eure Aufgabe. Gut. Aber was mich angeht, ist es mehr als eine Aufgabe. Es ist eine Freude und eine Ehre. Ich werde nicht noch mehr von eurer Zeit in Anspruch nehmen. Mein Ehemann, wird es je aufhören, das Verlangen nach mehr Macht, die Lust auf mehr Abenteuer? Für Sith ist es wie Atmen. Ich denke, dass die Kraft, die ihr in mir geweckt und erhalten habt, niemals verlöschen wird. Auch mein letzter Atemzug wird wild sein. Unsere Kinder werden so begabt sein. Und ich werde meine besonderen Kräfte dafür einsetzen, sie und eure zukünftigen Anhänger zu führen. Gemeinsam werden wir das furchterregendste Vermächtnis schaffen, das die Galaxis je gesehen hat. Ich werde es nicht mehr von dir in Anspruch sein. Ich werde es nicht mehr von Ihnen aufhören, Ich werde es nicht mehr von meinen Rücken ab, Einfach aus dem Lauf! Vielen Dank.